Am wunderschönen Elbufer begrüße ich den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. Guten Tag nach Dresden. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kuhle. Sie sind Ministerpräsident und Sie haben einen Amtskollegen in Bayern. Wenn Sie dem etwas raten könnten derzeit, was würden Sie ihm raten? Ja, was soll ich ihm raten? Das wird ja am besten selber wissen, was jetzt zu tun ist. Aber ich glaube, die Partei ist klug beraten, das Ergebnis der Bundestagswahl aufzuarbeiten. Aber das in einer Geschlossenheit und auch Entschlossenheit, um sich für den Landtagswahlkampf 2018 auch zu rüsten. Und das erwarte ich auch und bin davon überzeugt, dass das auch der CSU gelingt. Ja, und da ist dieses Wörtchen, um das es ja die ganze Zeit immer geht und was manche reizt und manche ja im Grunde genommen als Fehlanzeige derzeit darstellen, das ist die Obergrenze. Glauben Sie, dass dieser Begriff oder dieser Akt dann so wichtig wäre und nicht vielleicht doch ein Einwanderungsgesetz, vielleicht auch drei Säulen? Ja, ich meine, wir sollten ein Ziel anstreben, dass es uns gelingt, dass wir die im letzten Jahr in Deutschland ausgegebenen 15 bis 20 Milliarden, die wir für die Aufnahme, Unterbringung und Integration der Flüchtlinge ausgegeben haben, doch viel besser lieber in den Quellländern, wo Flucht entsteht, investieren, dass wir dort den Menschen Lebensverhältnisse ermöglichen, die es ihnen ermöglichen, in dieser Region zu verbleiben, sich dort ihr eigenes Leben aufzubauen und nicht die Flucht antreten müssen, die Heimat verlassen müssen. Das, glaube ich, ist das Ziel. Deswegen sollte die Zahl der Flüchtlinge so niedrig wie möglich sein. Davon unberührt ist ja das politische Asyl. Und als Drittes ist natürlich dann die Frage zu stellen, wie gehe ich damit um, dass ich die Menschen, die schon da sind, jetzt auch integriere, dass es eine Aufgabe natürlich bleibt. Also da haben Sie jetzt eigentlich schon den Weg so ein bisschen aufgezeigt, den man gehen könnte, um beispielsweise dann tatsächlich für eine Koalition unter vier Parteien sind es ja dann doch letztendlich bereit zu sein. Ich weiß es nicht, ob ich den Weg aufgezeichnet habe, aber das ist mein Verständnis, wie man mit Flüchtlingspolitik besser umgehen könnte, als wir das gegenwärtig getan haben. Sie haben ja auch noch die Frage nach der Einwanderung gestellt. Die wird sich nicht nur jetzt stellen, sondern die stellt sich ja schon die ganze Zeit. Genauso in Sachsen wie auch vielleicht in Bayern oder anderswo gibt es viele Menschen, die heute in Kliniken arbeiten als Ärzte aus dem Ausland und das aus allen Ländern dieser Welt. Das gibt es in anderen Fachbereichen auch. Wir haben ja in Dresden Wissenschaftler aus, ich meine, über 50 Nationen, die ja tätig sind. Und im Fußball sehen wir es ja auch immer gestern Abend wieder bei der Champions League. Da sind wir eine bunte Truppe. Und von daher, glaube ich, ist Einwanderung in der Vergangenheit und in der Gegenwart eine Realität. Aber die muss natürlich dann in den Arbeitsmarkt auch erfolgen. Das heißt also, dass wir da die Menschen auch zu uns kommen lassen, die uns auch helfen, unseren Wohlstand zu sichern und ihnen die Möglichkeit schaffen, auch ihren Wohlstand zu mehren. Ja. Ist diese Einwanderungsproblematik oder diese Flüchtlingsproblematik auch der Grund dafür, dass beispielsweise eine AfD bei Ihnen im Land so extrem stark geworden ist? Oder ist es die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik in Berlin? Ja, wir haben ja ein Ergebnis. Sechs Millionen Menschen haben deutschlandweit die AfD gewählt und nicht nur in Sachsen allein und im Osten allein. Und deswegen meine ich, dass es da schon eine gewisse Unzufriedenheit gibt mit der Art und Weise, wie es der Bundesrepublik Deutschland gelungen oder eben nicht ausreichendem Maße gelungen ist, die Flüchtlingspolitik so zu meistern und mit der Bevölkerung so auch umzusetzen, dass die Bevölkerung nicht Ängste hat, um das, was sie erreicht haben, dass sie nicht Ängste haben, wie sieht die soziale Absicherung in der Zukunft aus. Das sind ja alles, ich sage jetzt mal, Ängste, die sich auch dadurch artikulieren, dass man den Schwächsten jetzt nimmt, nämlich dass man die Flüchtlinge dafür verantwortlich macht, die Rentenpolitik, die Pflege, die medizinische Versorgung, aber auch zum Beispiel Nullzinsen zeigen ja den Menschen, dass da noch einiges zu erledigen ist. Und das müssen wir tun in der Bundespolitik und auch in der Landespolitik. Ja, und gerade weil es bei Ihnen so reingehauen hat mit dem Ergebnis und die AfD so extrem stark geworden ist, was tun Sie jetzt? Also erstens wahrscheinlich ein Alarmsignal nach Berlin und zweitens? Ja, wir haben am Montag im Landesvorstand zusammengesessen, haben gestern in der Fraktion zusammengesessen. Wir schauen nicht zuerst nach Berlin, sondern wir sagen, was müssen wir hier tun? Wir haben in zwei Jahren Landtagswahlen. Wir wollen stärkste Kraft nicht nur werden, sondern wir wollen deutlich stärkste Kraft wieder werden, so wie wir das in der Vergangenheit auch waren. Und dieses Vertrauen der Wähler zurückgewinnen, was wir jetzt verloren haben, und das muss man sich eindeutig bekennen. Also ein Weiter-so wird es nicht geben. Aber wir wissen auch, dass die Menschen wollen, dass Deutschland Deutschland bleibt. Woher wissen Sie, was die Menschen wollen? Gehen Sie viel raus? Schicken Sie Ihre Minister raus? Ja, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten Dialogveranstaltungen gemacht. Ich bin selbst abgerundet, da habe ich Sprechstunden. Ich bin viel unterwegs, ob in Unternehmen, ob in sozialen Einrichtungen, auch auf Marktplätzen. Was hören Sie da, Herr Ministerpräsident? Was hören Sie da von den Worten? Ja, das wird unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Aber am meisten die große Sorge, wie geht das weiter? Wir können ja nicht im Prinzip alle Flüchtlinge dieser Welt hier in Deutschland aufnehmen. Wie wollt ihr das regeln und auf welche Art und Weise wollt ihr das regeln? Ja, das ist eine gute Frage. Geben Sie die auch weiter an die Kanzlerin? Ja, so verständlich ist das etwas, was wir in den Parteigremien und natürlich auch in der Bundesregierung und im Bundestag zu diskutieren haben, weil das ist ein großer Teil Außenpolitik und Entwicklungspolitik. Deswegen ja meine Eingangsbemerkung, die ich vorhin gemacht habe. Entwicklungspolitik der Vergangenheit war im Prinzip eher konditions- oder bedingungslos. Ich glaube, da muss man schon mehr darauf achten, dass also auch dort die Ziele auch dann erreicht werden und das Geld nicht in irgendwelche Lieblingsprojekte verschwindet, sondern eben dazu führt, dass die Menschen bleiben können. Führt das auch dazu, dass Sie sagen, so jetzt mal richtig, jetzt mal richtig ran? Ja, ich meine, die internationale Gemeinschaft hat doch zugesehen, in Wien, Libanon und Jordanien die Menschen immer weniger und immer weniger Hilfe von internationalen Organisationen bekommen. Dass man sich dann hinterher wundert, dass die Menschen sich auf den Weg machen und den Weg dahin suchen, wo das Geld eigentlich herkommen sollte. Sie wissen ja, bei der Wiedervereinigung haben die damals, die Ostdeutschen, gesagt, kommt die D-Mark nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr. So ähnlich ist es jetzt wieder. Die Menschen suchen sich den Weg dahin und das ist nicht immer nur Asyl, das ist auch, wie man so schon sagt, Migration und darüber muss man sich im Klaren sein. Und wenn man das nicht intensiv, ich sage jetzt mal, dem begegnet, also mit richtig Geld auch in diesen Fragen richtig begegnet, dann wird es immer eine offene Flanke sein. Und deswegen, meine ich, ist die Bundesregierung, aber auch die Europäische Union insgesamt gefordert. Ich danke Ihnen für diese Informationen, Einschätzungen und Ihre Meinung aus Dresden. Stanislaw Tillich, der sächsische Ministerpräsident. Ich danke Ihnen auch.